Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineva.com, schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst, schau dir an, welche Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Gestern auf Twitter hat Treyarch in einem Blogpost endlich erklärt, wie das neue Prestige-System in Call of Duty Black Ops Cold War laufen wird. Und das neue Prestige-System, Leute, ist so kompliziert, dass ich mir ein Video von Nero angucken musste. Ich habe das zurückgespult, ich habe mir ein Video von Exclusive Ace angeguckt, ich habe mir ein Blogpost angeguckt, ich habe ihn durchgelesen, 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 habe mir das Ganze irgendwie einmal vor Augen geführt und habe es endlich verstanden. Das neue Season-Progress-Prestige-Level-System ist so kompliziert, dass man ein Video darüber machen muss, um das zu erklären. Und meine Meinung dazu kommt natürlich auch am Ende. In dem Sinne, Leute, lasst gerne ein Like da unten, ein Abo, ich werde es euch so genau wie möglich erklären. Einmal vorab, wir haben auch eine Roadmap bekommen, die seht ihr jetzt sozusagen gerade im Video. Auf dieser Roadmap sehen wir verschiedene Sachen, die jetzt mit der ersten Season kommen, beziehungsweise ungefähr anderthalb Wochen nach Start. Wir kriegen eine neue Waffe, die ist ja relativ altbacken, die kennen wir alle schon, das ist nichts Spezielles dabei. Wir bekommen, wenn ihr nach ganz rechts einmal guckt, bei Warzone einen neuen Modus, im Prinzip eine kleine neue Karte. So wie in Warzone damals, so wie in Blackout damals Alcatraz mit reingekommen ist, wird jetzt auch in Warzone eine kleine Nebenkarte sozusagen reinkommen. Das wird etwas kleiner sein als die normale Warzone-Map. Dort werden wir irgendwo im Ural, irgendwo in Russland spielen können. Wird wahrscheinlich wieder High-Paced sein, so wie das eben in Alcatraz in Blackout war. Das heißt, einige von euch Crags, die gerne im Beta Royal spielen, werden sich da mit Sicherheit drüber freuen. Wir bekommen laut dieser Anzeige neue Modi, neue Maps. Das ist ja klar. Das Ganze wird mit der Season 1 komplett beginnen und ab dem 13. November, wo Black Ops Cold War rauskommt, wird auch das Season Progress, Prestige, wie auch immer man es nennen möchte, System starten. Dieses System ist irgendwie anders als je zuvor, aber genauso wie wir es kennen und irgendeine Mischung dazwischen. Wie wir im Prinzip starten? Wir starten bei Level 1 bis 55, so wie wir das aus jedem COD kennen. Normalerweise ist es in den anderen CODs so gewesen, wir starten bei 1, leveln bis 55, dann haben wir alles freigeschaltet und dann haben wir die Entscheidung, wollen wir bei 55 bleiben? Wir leveln dann nicht mehr, wir machen kein Prestige oder drücken wir Prestige? Wir kriegen ein Prestige-Icon, starten in Prestige 1, Level 1, das geht wieder bis 55, starten wieder, Prestige 2, Level 55, weiter, weiter, weiter. In Modern Warfare haben sie es ganz anders gemacht, da konnte man einfach nur in einer Season bis Level 155 spielen, da gab es kein Prestige, da gab es nichts mehr danach. Das heißt, wer bei 155 war, war im Prinzip fertig mit dem Ganzen. Da haben sehr viele Leute, wirklich sehr viele Leute, auf Twitter, Reddit, überall geschrieben, das ist langweilig, das ist blöd, ich fand es auch überhaupt nicht gut. Diese Season Officer Ranks alleine haben nicht dafür gesorgt, dass man eben den richtigen Grind Spaß hatte. Und mit dem neuen COD hat Treyarch das Ganze jetzt mit dem alten Prestige-System verbunden. Wie das Ganze jetzt vom ersten Tag an ablaufen wird. Wir werden ab der ersten Season, die ja dann ungefähr am 10. Dezember rauskommt, pro Season 4 Prestiges bekommen. Ihr kriegt in ganzen Black Ops Cold War 25 Prestige, die ihr spielen könnt. Von dem ersten Tag an, wo ihr spielt, könnt ihr sowohl in Zombie, als auch im Battle Royale, also Warzone, als auch im Multiplayer, eure Ranks, also eure Level hochspielen. Das heißt, Crossplay und Crossmode das Ganze. Am Anfang spielt ihr auch in Black Ops Cold War von Level 1 bis Level 55. Wenn ihr dann Level 55 erreicht habt, lauft ihr zum ersten Prestige sozusagen. Bevor die erste Season losgeht, gibt es drei Prestiges. Im neuen COD ist es so, dass ihr am Anfang, wenn das Spiel rauskommt, bis Level 55 spielen könnt. Danach ist es in Dreierstufen, bevor die Season 1 losgeht, dass ihr drei Prestiges schaffen könnt. Es beginnt ab Level 55, also sozusagen Seasonal Ranks. Dann habt ihr ein neues Icon und es geht bei 1 los, bis Level 50 dann. Bei 50 habt ihr das zweite Prestige. Bei Level 100 habt ihr das dritte Prestige, bevor die erste Season losgeht, Leute. Bei Level 50 oder Seasonal Rank 50 bekommt ihr auch eine Blueprint Variante. Alle 50 Level, die ihr schafft, werdet ihr ein Prestige Key bekommen. Diese Prestige Keys könnt ihr einsetzen, um im Prestige Shop, es gibt einen Prestige Shop, Leute, um euch dort ein Prestige Symbol später kaufen zu können, aus allen CODs, die Black Ops bisher, beziehungsweise Treyarch rausgebracht hat. Das heißt, wenn ihr unbedingt das Prestige 5 Symbol aus Black Ops 2 haben wollt, dann müsst ihr nur genug Prestige Keys sammeln, immer in den 50er Schritten, um dieses Prestige Zeug zu kaufen und ausstatten zu können. Ab der ersten Season könnt ihr dann 4 Prestige schaffen, alle 50 Level. Ihr spielt also wieder von 1 bis 55. Eure Waffen, Perks, alles, werden nicht zurückgesetzt, sondern bleiben. Ihr spielt bis Level 55, dann beginnen diese Season Ranks wieder. Bis Level 50 erstes Prestige, dann zweites, bis 150 drittes. Ab Level 200 habt ihr denn das vierte Prestige in dieser Season und seid offiziell Prestige Master. Nach diesem Level 200 geht es aber noch weiter. Ihr könnt bis zu Level 1000 spielen. Abhängig davon, wie schnell man levelt, wird das ein ewig langer Grind sein. Damit ihr aber auch wirklich was davon habt, bekommt ihr auf diesen Stufen immer wieder die Möglichkeit, Blueprint Varianten zu bekommen von verschiedensten Waffen und ihr bekommt diese Prestige Keys dazu mit den Prestige Icons. Das heißt, umso weiter ihr spielt, umso mehr Prestige Keys bekommt ihr, umso mehr könnt ihr euch im Prestige Shop natürlich das Prestige Symbol kaufen, was ihr haben wollt. Es klingt absolut durcheinander. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum man das jetzt wieder so kompliziert machen musste. Man hätte einfach das langzeit bewährte und allzeit geliebte Prestige nutzen können, was man immer hat. Level 1 bis Level 60, Prestige 1. Level 1 bis Level 60, Prestige 2. Jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit, mit diesen Seasonal Ranks und den Challenges, die dann auch nach 200 kommen, eine Mischung zu haben aus dem, was wir aus Call of Duty Modern Warfare kennen und dem, was wir aus Call of Duty Black Ops allen Teilen kennen und alle anderen CODs vorher im Prinzip auch, die dieses normale Prestige System hatten. Das klingt absolut kompliziert beim ersten Mal und glaubt mir Leute, für mich ist es immer noch kompliziert. Ich verstehe nicht ganz, warum man diesen Mix davon genommen hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man eigentlich daran gearbeitet hatte in Black Ops Cold War, das System aus Modern Warfare 1 zu 1 übernehmen, hat in den letzten 1,5 oder letzten Jahren natürlich gesehen, wie viel Hate es dafür gab und wie unzufrieden die Community war und hat ein bisschen eingeschwenkt und hat jetzt diese Spezialform gebracht. Es heißt für mich aber auf jeden Fall, wir werden genug Möglichkeiten haben, in jeder Season zu grinden. Das Zweite, was auch sehr wichtig war, wenn ihr in der ersten Season zum Beispiel nicht Prestige 4 schafft, sondern nur Prestige 2 und ihr seid bei Level 101 als Beispiel, dann ist es nicht so, dass ihr die Chance nicht mehr habt, das aufzuholen. In der nächsten Season, wenn euer Level auf 1 zurückgeht, könnt ihr wieder bis 55 spielen und euer Progress geht aber automatisch weiter, bei dem ihr in Season 1 aufgehört habt. Habt ihr also in Season 1 bei Level 101 aufgehört, könnt ihr in der zweiten Season ganz normal bei 100 weiter spielen und steigert dann euren Rang wieder. Absolut kompliziert, ich bin mir nicht sicher, warum es so kompliziert gemacht werden muss. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, wie der Sinn dahinter ist, wie Treyarch sich das Ganze ausgedacht hat. Dazu die Robemad, die wir bekommen haben, es sind also ein paar Infos gewesen, die jetzt gekommen sind. Für alle, die jetzt irgendwie noch nicht den Blick drauf hatten, ihr könnt auch seit Freitag auf der Playstation und auf der Xbox endlich Black Ops Cold War downloaden. Ihr könnt die Sachen schon mal runterladen, es sind auf der Playstation glaube ich um die 80 oder 90 Gigabyte insgesamt. Dazu haben sie folgendes announced, Playstation bekommt für das gesamte Jahr mehr Doppel-XP-Möglichkeiten, mehr Ingame-Purge-Möglichkeiten, Zombie Onslaught gibt es nur auf der Playstation und und und. Das heißt, dieser Sony-Exclusive-Deal geht wieder ein ganzes Jahr weiter. Die, die Xbox-Spielen gucken in dem Fall in die Röhre. Sony hat sich diese Rechte für Call of Duty und die Playstation 4 und 5 eben gekauft und zahlen dafür ordentlich. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt nicht super wichtig finde, aber die ihr eben exklusiv auf der Playstation nur habt, die ihr auf der Xbox später nicht haben werdet. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem neuen Prestige-Modus, Entwicklungsstand, sonst was haltet. Ich persönlich bin aktuell kein großer Fan davon, weil es einfach viel zu kompliziert ist, kann mir aber vorstellen, dass wenn man es erstmal spielt, es relativ einleuchtend wird. Lasst gerne ein Like da, Leute, lasst gerne ein Abo da, ich bin raus, haut rein.